Hi, hier ist Franz für Tabtec.de und das ist unser Unboxing des neuen LG G-Pad 8.3, dem ersten Tablet von LG Electronics seit langer, langer Zeit. Wir haben es uns auf der IFA 2013 schon angesehen und waren ziemlich angetan und positiv überrascht. Insofern sind wir jetzt natürlich extrem auf das finale Gerät gespannt. Wir sehen hier eine recht einfache Verpackung. Auf der Vorderseite haben wir direkt ein Bild vom G-Pad 8.3 und die genaue Produktbezeichnung. Was hier auffällt, obwohl wir hier die schwarze Version haben, ist auf der Vorder- und auch auf der Rückseite die weiße Version abgebildet. Ja, ist uns halt direkt aufgefallen. Auf der Rückseite dann noch die wichtigsten technischen Daten, aber die werden wir im Laufe des Videos eh noch durchgehen. Insofern würde ich sagen, öffnen wir das Ganze gleich mal. Ist hier einmal versiegelt, das schneiden wir durch und dann sollten wir die Verpackung ganz einfach aufklappen können. Ihr seht, das Ganze funktioniert hier ziemlich problemlos und dann haben wir hier auch schon den eigentlichen Star der Show, das LG G-Pad 8.3. Das legen wir mal zur Seite und schauen uns später noch genauer an. Unter diesem Tray befindet sich dann allerlei Zeug. Zum einen hier wieder das übliche an Papierkram, nämlich eine Kurzanleitung, ein Quick-Start-Guide. Das darf heutzutage ja nirgends mehr fehlen. Hier drunter befindet sich nichts mehr. Links haben wir dann ganz klassisch ein Micro-USB auf USB-Kabel. Auch dieses Tablet nutzt natürlich endlich wieder Micro-USB. Das hat sich im Android-Bereich durchgesetzt. Und daneben dann ein ganz klassisches Modular, auch in schwarz gehalten. Zusammen ergibt das dann euer vollwertiges Netzteil, um das G-Pad 8.3 aufzuladen. Das hier ist die finale Verkaufsversion. Auch hier sind keine Kopfhörer dabei. Insofern war es das vom Lieferumfang. Mehr findet ihr hier drinnen nicht. Und damit kommen wir jetzt auch endlich zum LG G-Pad 8.3. Wie gesagt, in der Farbe schwarz gibt es auch noch in weiß, wie ihr auf der Verpackung gesehen habt. Wir nehmen hier die Display-Schutzfolie ab und schauen uns gleich das Tablet mal etwas genauer an. Was gibt es zu den Abmessungen zu sagen? Das G-Pad 8.3 misst 216,8 x 126,5 mm und ist etwa 8,3 mm dünn, muss man hier schon sagen. Also wirklich sehr angenehm dünn. Außerdem wiegt es 337,9 Gramm. Das ist nicht besonders leicht, aber auch nicht besonders schwer, wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit einem iPad Mini mit Retina-Display, das ja auch vor wenigen Tagen vorgestellt wurde, vergleicht. Was dir gleich schon auffällt, die Rahmen an den Seiten sind wirklich sehr, sehr schön dünn. Da hat man sich designtechnisch ganz klar am LG G2 orientiert. Das gefällt uns sehr, sehr gut. Wir haben hier die 1,3 Megapixel Frontkamera, das LG Logo. Keinerlei physische oder touchsensitive Tasten, denn das G-Pad 8.3 setzt auf Onscreen-Tasten. Interessant ist aber hier vor allen Dingen die Display-Diagonale, wie der Name ja schon verrät, 8,3 Zoll. Das ist im Android-Bereich so relativ neu, hatten wir noch kaum. Da sind wir sehr, sehr darauf gespannt, wie sich das Ganze schlägt. Ich persönlich bin ja immer noch der Meinung, dass 8 Zoll so in etwa die goldene Mitte ist und eine sehr, sehr gute Displaygröße für ein Tablet ist. Das Display ist ein IPS-Panel, es löst mit Full-HD oder sogar noch mehr, also 1920x1200 Pixel bei 273 Pixel per Inch auf. Wie gesagt, hier die 1,3 Megapixel Kamera und das LG Logo noch, ansonsten war es das von der Vorderseite. Auf der linken Seite finden wir absolut gar nichts, diese ist absolut blank gehalten. Interessanter wird es auf der Unterseite. Hier haben wir links ein erstes Mikrofon und in der Mitte einen Micro-USB-Anschluss. Auf der rechten Seite finden wir dann die lauter Leiser-Wippe und den Power-Button. Beide scheinen als Aluminium zu bestehen und sind wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, was ich so vom Ersteindruck her sagen kann. Und auf der Oberseite dann links ein Infrarot-Port, um zum Beispiel euren Blu-Ray-Player, euren Fernseher und so weiter fernzusteuern. Daneben der Einschub für eine Micro-SD-Speicherkarte. Der 16 GB große interne Speicher kann nämlich erweitert werden. Und wiederum daneben dann der 3,5 mm Klinkenanschluss. Damit werden wir jetzt auch schon bei der Rückseite angelangt und ich kann euch gleich schon sagen, wenn ihr dieses Tablet zum ersten Mal in die Hand nehmt, dann werdet ihr euch wirklich denken, wow, fühlt sich das hochwertig an. Wir haben hier bei der Rückseite Aluminium, das hat uns auf der IFA schon ziemlich gut gefallen. Ich habe damals nur die weiße Version gesehen. Seht das hier jetzt bei der schwarzen Version und muss sagen, das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Hier haben wir Aluminium, hier oben Kunststoffaussparungen natürlich für den WLAN-Empfang. Aber das fühlt sich alles schon sehr, sehr gut verarbeitet an und sehr, sehr hochwertig, zumindest vom Ersteindruck her. Gerade wer das LG G2 kennt, dem ist das vielleicht gar nicht so bekannt, aber da zeigt LG, wir können auch Aluminium verwenden und das fühlt sich hier echt ziemlich gut an. Wir haben hier zwei Lautsprecher. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das Tablet im Landscape-Mode benutzt, dass man dann einen recht guten Stereoklang bekommt. Im Portrait-Mode könnte das natürlich etwas schwieriger werden. Eventuell verdeckt man auch hier einen Lautsprecher, aber das muss dann der Test zeigen. Ansonsten das LG-Logo sowie die 5 Megapixel Hauptkamera und wie gesagt eben zwei Aussparungen. Der Akku hat eine Kapazität von 4600 mAh, also relativ ordentlich. Da sind wir auch ziemlich auf die Akkulaufzeit gespannt. Ich würde sagen, wir drehen das Ganze gleich mal um und schalten das G-Pad 8.3 einmal ein. Während des Hochwerts gebe ich euch die restlichen Daten durch. Ihr seht hier das LG-Logo. Als Plattform haben wir Android 4.2.2 Jellybean, natürlich wieder mit LGs hauseigener Optimus UI. Als SoC den Qualcomm Snapdragon 600, also nicht den 800er wie im LG G2 mit 1,7 GHz je Kern. Eine Quad-Core-CPU natürlich. Außerdem 2 GB Arbeitsspeicher. Diskussionen gab es in letzter Zeit ja auch über eine LTE-Variante. Das hier ist die Wi-Fi-Only-Version. Ob nach Deutschland eine LTE-Variante, ob überhaupt eine LTE-Variante kommt, ist noch nicht wirklich bekannt. Dazu gibt es einfach keinerlei Infos. Fände ich persönlich ziemlich schade. Denn gerade bei einem solch kompakten Tablet würde natürlich eine LTE-Version oder allgemein eine Version mit mobilem Internet Sinn machen. Aber das muss die Zeit zeigen, ob da noch was kommt. Ja, das war es auch schon wieder von unserem Unboxing des LG G-Pad 8.3. Den ausführlichen Test findet ihr dann natürlich in den nächsten Tagen wie immer auf tabtec.de und in Videoform auch auf unserem YouTube-Kanal. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.